Untertitelung des ZDF, 2020 Allerland! Allerland! Heute, heute, liebe Antifaschisten und Antifaschisten, heute wollen Nazis in dieser Stadt marschieren, aber sie sollen kein Wetter tun, denn Nazis sind Verbrecher in diesem Land. In diesem Land sollte jeder wissen, dass Nazi-Verbrecher sind, nicht erst seit NSU, das sollte jeder wissen, dass ein täglicher, ein achtlicher, die Gerichte verbieten als die Kommission. Polizisten schätzen die Faschisten, deutsche Polizisten schätzen die Faschisten. Und dann, dass NSU, dass NSU, die SPD, nicht existieren wird, sondern den Staat und wir ohne den Verfassungsschutz werden. Und so nicht, ohne den Verfassungsschutz. O-O-O-O-O-O-O! Auf, 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 auf! Auf, auf! Auf, auf! Hey, Röntgen! Auf, auf! Auf, auf! Yo, Jenny! Laufel! 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 Wir sind vriegt ja hier, wir sind vriegt, das warst da hier! Wir sind vriegt, das warst da hier! Haut! 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 Growth! Haut! 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 Au 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 voll We releasing vielleicht wer? Habt der... Kommt ihr wieder beiseh'n... Die A-Tradistik, B-Grechtik, B-Kika-Ula-Jubel, Weltrichtspitze, wird sofort an einer bezeichneten Durchsatzstelle, sie wird durch den Vorzug gehandelt und auch vorbereitet lassen. Die Durchsatzstelle wird markiert durch einen Kollegen mit weisem Helm. Ende der Grundlage, der nur Richard Gäste. Ich glaube nicht, welchen Grad an Verhaltenskonzeption hier und ihr Einzelbereit ist, mich selber einzugehen. Beste, überlegt euch, wie ihr mit der Situation gleich rumgehen wollt, wir schauen aber vor, Solidarität verzeigen, sich zusammenzuschließen, weil wir glauben, dass das die beste Möglichkeit ist, an dem wir nicht sein, an dem wir grüßen. In den jetzigen Urteilen beginnen wir damit, die Personen, die sich an die Durchsatzstelle gemeldet haben, herauszuführen, werden die Personalen kurz festhalten und danach werden sie entlassen. Wir werden diese Maßnahmen so lange durchführen, bis sie alle den Bereich verlassen haben. Ich bitte Sie nochmal, die polizeiliche Weisem Folge zu leisten, keine Widerschaft zu leisten, um gefährliche Gegenstände abzulegen, die Kollegen darauf hinzuweisen, dass sonstige Gefahren aus den mitgeführten Gegenständen für sie erwachsen sollten. Nachher vorhanden werden wir die Kürze zur Aufstellung von 60 Tonnen, 60 Toiletten kommen und ewig ein Erklärungsmöglichkeiten nutzen können. Die Schilderinnen und Polizei und derFaktion ... ... ... ... ... Ich habe ein ganzes Ziel, den zeigt sich hier mit der Ausschreibung auf. Ich will auch einmal ganz, ganz an hier einsetzen, wo ihr seid. Eine auch noch gute Folge, die wir sammeln, die wir im Umgebungszeit haben, ist nur nicht gewesen. Die Kompeten, die wir alle in der Person zuordnen haben, die Vorgärten bestehen. Das heißt, ein Einzelnen ist nie mehr.